Ah, hi. Mensch. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Ah. Ah ja. Jetzt. Okay, wir können zurück. Es war ja ein schöner Start. Okay, okay. Was bist du hier gerade? Ich habe, glaube ich, gar nichts mehr gemacht. Ich erinnere mich nicht dran. Was ist denn nochmal mit der Waffe hier? Oh Gott. Ah ja. Das war eine normale Waffe mit ziemlich viel Knockback. Okay, ich verstehe. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon gezeigt habe. Ich glaube, ja. Genau. Halt eben einfach diese Pilz-Sache hier. Den hätte ich schon echt gerne. Naja, okay. Genau. Was ist denn mein nächstes Ziel? King Slime und Grips of Chaos. Ah ja, genau. Die habe ich ja gecraftet. Ah. Und ich wollte warten, bis es Nacht wird. Ich erinnere mich. Oh mein Gott. So. Was ich aber zuerst machen werde. Nehme ich überhaupt auf. Was ich zuerst machen werde. Ja, tue ich. Ich muss jetzt mal mein Gold wegpacken. Das hier habe ich ja im Inventar. Und mal eben eine Ozeanhelm. Aha. Interessant. Eine Goldkrone machen. Und dann brauche ich noch Gel. Und ich glaube, das müsste eigentlich reichen. Die üben rüber, solange es noch hell ist. Und mache mal eben kurz die Slime-Krone. Um gleich nämlich den Slime-King auch zu töten. Warum nicht? Ach, ich hasse es mit dem Wasser, dass man da langsamer wird. Das ist total blöd. Ach, die Schuhe sind so cool, ne? Das hätte ich mega gelogen. Oh, fuck. Ich hatte ja kein... Ja, genau. Ich habe ja keine Wolke in der Flasche. Naja. Okay. Ich glaube, ich konnte da drüben runter, ne? Ja, konnte ich. Okay. Moment. Zur Sicherheit einfach mal mitnehmen. Okay, wo ist denn? Ach, der geht gar nicht durch... Ach, doch. Der geht gar nicht durch Feinde durch. Ah, ich verstehe. Okay. Hm, ja. Slime-Krone. Oh, cool. Man, ich glaube, ich kann ihn eben wieder machen, ne? So. Komm mal her. Weiß nicht, welche Waffe da am besten ist. Man, die macht viel Schaden. Und Anubis macht auch gut Schaden. Das ist gut. Äh. Ich glaube, die hier ist schneller. Naja. Ähm. Die machen... Aua. Oh Gott. Die machen richtig gut Schaden. Scheiße. Äh. Aua. Ähm. Bitte nicht. Hier ist der Regenerationseffekt gerade nicht so, wie ich ihn immer in der... Oh Gott. Erinnerung habe. Ah. Okay. Ähm. Ich glaube, ich muss unbedingt eine neue Rüstung machen. Oh Gott. Was machst du eigentlich für ein Angriff? Du bist ja bestimmt... Dein Ernst. Komm. Kämpfe. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Oh Gott. Ähm. Die Mapps im Weg. So. Okay. Du darfst ruhig sterben. Ja, komm Pils. Tür dienen. Oh Gott. Shit. 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 Äh. Blöd. Puh. Okay. Hat geklappt. Könnt ihr vielleicht eben... Danke. Mein Gott. So. Treasure Bag. Hm. Nenia Sachen. Nennt sich an. Den... Der ist halt eben länger. Den nehme ich, glaube ich. Kann ich den hier halten? Nee, kann ich nicht. Okay. Ja. Und das da ist jetzt nicht das beste Item. Hm. Naja. Okay. Es ist auszuhalten. Ähm. Aber... Ich glaube, ich verdiene hier mit. Hm. Aha. Ich könnte mal wieder Tränke machen, glaube ich. Ja. Den hier brauche ich. Ähm. Ähm. Oh. Das war's schon. Das kann ich nicht machen. Blöd. Naja gut. Äh. Besser als gar nichts, ne? Kann ich nicht... Ich meine, ich hätte... Ja, ich habe doch sogar drei. Ich mache gleich noch mehr. Und ich habe ja noch meinen, äh... Cool. Den da. So. So. Wieviel habe ich jetzt? 15. Wow. Sehr gut. Okay. Die sind echt nervig. Cool. Die zünden sogar an. Das ist, äh... Gut. Okay, ähm... Ablegen und... Äh... Ja, den nehme ich mit. Hm. Tut ich mich auch mit? Ja, warum nicht? Ja, das war's schon. Okay. Dann eben kurz K. Und... Oh. Es sind sogar zwei Gegner. Aha. Ah, hier nur noch einen von... Den hier beschwören. Okay. Aua. Musik wieder richtig gut. Äh... Ich nicht so ganz. Aber es geht eigentlich. Wir haben ja gar nicht so viele Leben. Aber... Ich mache auch kaum Schaden. Also... Gut. Aua. Fuck. Gut. Ich hätte gerne Anubis im Kampf dabei. Aber naja. Dann halt eben nicht. Hm. Okay. Okay. Gut. Und angezündet. Das bringt richtig viel. Aua. Fuck. Okay. Ah, der eine hat aber mehr Leben gehabt. Also... Das ist okay. Ich sehe den Anubis hier eben kurz auszulocken. Ich glaube, ja. Ist er jetzt draußen? Nö. Okay. Schade. Boah, die machen Schaden, ey. Okay, der ist gleich tot. So. Nummer eins ist tot. Cool. Beide tot. Mega gut. Okay. Aha. Eine Schwörerwaffe. Mhm. Abyssium. Inzinerite. Und das hier. Ah ja. Das ist interessant. Okay. Ähm. Und mega viel Gold. Okay. Richtig gut. Äh. Was mache ich jetzt? Okay. Ja, okay. Ähm. Mal die hier wegmachen und gucken. Ich behalte glaube ich die da. Die, die, die gefallen mir irgendwie mehr. Ja, die behalte ich. Aber das ist auch ein Material. Das ist interessant. Was mache ich da draus? Was mache ich da draus? Was mache ich da draus? Den nennst du. Was mache ich aus dem? Abyssium Bar. Mhm. Und daraus dann halt eben das andere wahrscheinlich, ne? Okay. Ähm. Ablegen. Das ist auch Material. Was kann ich denn daraus machen? Oh. Okay. Das ist, äh, mega cool. Ähm. Aber ich brauche dafür erstmal den Goblin. Vergiss mich hier rein. Okay. Was wollte ich nochmal machen? Ah ja, genau. Okay. Und. Vierzehn. Mhm. Und. Acht. Das ist nicht gerade viel, ne? Kann ich da aus der Rüste machen? Ne. Waffen. Aha. Naja. Quasi keine. Ich glaube ich muss den Boss nochmal machen. Nenn ich kann. Ich habe auch nicht genug von den Teilen, glaube ich. Hm. Wie macht man das denn nochmal? Machen wir das auch am Demon-Altar-Dings? Äh. Ja. Okay. Blöd. Naja. Ich habe ihn nicht genug. Also. Mal schauen, ob ich, äh. Irgendwo rein finde. Hm. Die kann ich auch noch mitnehmen. Ach. Das ist wieder so einer. Das ist gut. So. Hm. Ich frage erstmal den Guide, ob sich das lohnt, was daraus zu machen. Kann auch sein, dass das total nutzlos ist. Das hier und. Das hier. So. Hi. Was mache ich denn da draus? Ach. Ich kann doch eine Rüstung draus machen. Boah. Aha. Aha. Cool. Kann auch ein Stab, äh, also ein Buch rausmachen. Ähm. Wäre eigentlich nicht so schlecht. Noch eine Zauberwaffe zu haben. Und dafür brauche ich auch 10. Blöd. Aha. Okay. Ich glaube, ich gehe mal eben, äh. Waffen wir eben rüber. Zum, äh. Ach, warte. Der Typ verkauft doch bestimmt was. Das Ding war irgendwas echt gut. Dafür, dass ich solche Waffen eigentlich nicht benutze. War das wirklich gut. Ähm. Hier nicht. Ne. Muss ich wahrscheinlich selber craften. Aber der Junge her hat ja Bücher, ne? So. So, wie macht man das denn jetzt? Okay. So. Und ein Buch. So. Und mal gucken. Äh. Oh Gott. Okay. Uh. Goblin Army. Was ist denn heute los? Es passiert so viel Zeug. Ich war heute übrigens in meiner alten Arbeitsstelle. Das war interessant. Ähm. Ähm. Ja. Also die Kinder haben sich echt noch alle an mich erinnert. Das fand ich mega krass. Ich meine, das ist jetzt schon mehr als ein... Okay. Nicht... Es ist fast ein Jahr her, dass ich da war. Und die wussten einfach alle noch meinen Namen. Sie sind klein. Äh. Ich war wirklich geschockt. Selbst Kinder, mit denen ich gar nicht gearbeitet habe. Also... Und die wussten halt eben nicht, dass ich vorbeikomme. Nur meine, ähm, damalige Mentorin wusste das. Aber das war es auch schon. Und, ähm, ja. Das war, äh, interessant. Kommt er wieder runter? Ja. Okay. Genau. Und die haben mir halt eben gesagt, ich soll mich da auf jeden Fall nach der Ausbildung bewerben. Und, äh, ja. Mal gucken. Vielleicht mach ich's vielleicht auch nicht. So an du bist. Wenn mich jetzt, äh, ne? Enttäusch mich bitte nicht. Das ist schon cool. Ähm. Ich hab jedenfalls mal ne ordentliche Waffe. Und halt sogar noch ein... Die warst dich gerade. Äh, vergiftet also auch die Gegner. Echt cool. Aua. Hm. Aua. Ich schaffe es ja ohne zu sterben. Das wär cool. Boah, und der Nockback ist auch, äh... Nicht ohne. Wow. So. Voll gut. Ja, aber der, 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 der junge Herr Anubis macht wohl gut Schaden, aber trifft nicht. Pff. So. Wow. Genau, und hier muss ich's nochmal bewerben. Vielleicht auch fürs Abschlusspraktikum nochmal bewerben. Muss ich mal gucken. Äh, so. Ja. Ich mein, ich verstehe mich bei einer Praxiskontorin echt gut. Also ich könnte sie auch selber fragen, ob ich, äh, da ein Praktikum machen dürfte. Hm. Genau. Ich muss einfach mal gucken, ob ich das wirklich machen möchte. Also dort arbeiten. Ich mein, ich, ich fand den Kindergarten wohl echt gut, aber eigentlich ist er eher die Heimarbeit was für mich, ne? Problem ist nur, man braucht dafür halt eben unbedingt einen Führerschein, und den hab ich nicht. Ähm. Weil ich den vielleicht machen möchte im Sommer. Aber naja, mal gucken. Äh. Ja. Weil, was bringt mir den Führerschein ohne Auto? Genau. Gar nichts. Oh, das Buch ist echt gut. So. Äh. So. Mann, ich weiß nicht, ob Gift so viel bringt. Ne, es geht. Ähm. Ich muss aber gleich noch, nochmal, äh, diese Teile bekämpfen, glaube ich. Boah. Das ist cool. Sag mal, warum sind das denn so, äh, viele? So, ich schaue erstmal nach, ob vielleicht irgendwer von denen diese... Ne, du nicht. Du vielleicht, zufällig? Ne. Ich muss ja, da drüben die. Ähm. So. Vielleicht da drüben die. Ähm. Ähm, dann vielleicht da oben... Du vielleicht? Nö. Du? Äh, sie vielleicht? Genau, mach mal dein Schild. Gute Idee. Nö, auch nicht. Aha. Ginge halt von denen, schießt Augen. Ist cool. Der andere wirft den Hammer. Auch nicht schlecht. So. Ähm. Joa. Manubis. Da hab ich irgendwas cooles aufgehoben. Das ist sogar Material. Oh, fancy. Das mag ich ja meist, wenn das Material ist. So. Und... Oh Gott. Aua. Au. 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 So. Und dann kann ich den Goblin-Typi suchen. Und der gibt mir dann was cooles, womit ich äh... Joa. Ähm. Sachen verbinden kann. Aber das reicht fürs Erste. Drei Bosse sind genug. Tschüss. Oh, Traveling Merchant. Nachdem schaue ich nochmal eben. Nachdem ich seinen, seinen Hut geklaut hab. Ähm. Aber bis jetzt bin ich echt gut dabei. Glaub ich. Ähm. So. Hi. Okay. Oh. Falscher. Du. Ähm. Und ein paar mit. Gut. Dann aber jetzt war's wirklich. Tschüss. Bestand nen arbeit.